Bevo bist du da? Ja nicht komplett muten Bevo Das war die falsche Taste Bevo, Bevo, Bevo Du bist komplett gemutet Das hört der nicht Anfang Scheiße ja wir starten in 3, 2, 1 Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA Online Zusammen mit Aesthetic, Bevo, Rios, Mathis, Sonic und Stormblade Hallo Ich hab's nicht geschafft lol Wir müssen neu starten, ich hab den Superstart nicht geschafft Der Krischi hat sich uns auch schon angeschlossen, der ist allerdings noch im Ladebildschirm Warum? Wo macht das? Ah, ey, come on! Tu Trick! Ne, es war Bevo Bevo! Hey, hey, hey! Bevo! Das war das pinke Mobili Nicht rammen Ich mach das die ganze Zeit auch gerne Ey, weißt du, die drehen sich Oh Gott, da kommt die Erstmal wieder Musik anmachen Lol, geiles Lied Yo! Alter! Ich hätt's gern lauter Bevo, du Ratte Tu mir leid, ich kann's nicht umstellen Ey! Moment Mach's, mach's Sucht das Lied auf Youtube und hört's euch gleichzeitig an Ah, ist mich rausgerammt Danke Hey, hey, hey Mathis Boah, das ist scheiße Ich musste da vorbei Ich konnte nicht, ich war zu schnell Sorry Bevo Sorry Sascha Sorry Sascha Das ist so lächerlich, hey, wenn mir das passiert, ich wär letzter Ich bin eher aber nicht mit mir als Team Ich bin eher aber nicht mit mir als Team Woh! Woh! Dann wär ich letzter, Mami Ja, hast du richtig gemacht? Das war Absicht Bittige Hoden Stimmt nicht Mathis? Angriff auf Mathis? Angriff auf Mathis? Sonic! Jawohl! Ach komm, Alter Was sollte das denn jetzt werden? Ich hab doch noch ausgerufen, geht da weg, wollte ich sagen Ich konnte ja nicht Ah fuck Du wolltest das sagen Ich hab's gesagt Allerdings glaub ich in dem Moment Äh, ne Wo es zu spät war Alter, 2-Trick Es sind alle da abgeflogen, glaub ich Nein, ich bin in die Ego-Sicht gegangen Ich hab alle eingeholt Wieso willst du das denn? Drei Leute, die sind im Hintermärm Ja, aber weil ich in der Ego-Perspektive Was fährst du denn in der Ego-Perspektive? Ja, nicht extra Mit V kommst du glaub ich wieder raus Ja, gibt's noch auf dem Controller dafür irgendwas? Äh, Select Dreieck Dreieck, find ich doch Vier-Eck Select Vier-Eck-Dram Ja, ja, alles gut Ich hab's auf der Tastatur gemacht Wer ist da hinter mir? Wer ist vierter? Ich Tommy Girl Jetzt bin ich hier zweimal rausgeflogen an der Stelle Tommy Girl Ich hab ich nix Bauen ich gegen dich, aber ich würd's trotzdem gerne wegkommen, weil ich auch aufregs zu schütten Nein Toll Ich schon Ich würd mich tatsächlich nicht auf und würd einfach nur schweigen Echt, würdest du schweigen? Ich würd einfach nur schweigen, aber weil ich dann einfach ja aufregend sinnlos Ich krieg noch ein schwaches Herz von Achso, du Geschwindrecks Das kriegt man nur von Frauen So Geht's dir auch nach oben Okay, wir haben voll den harten Vorsprung Was ist das? Gar nicht Sie hätten uns alle weggebumpst irgendwie Alter, sie halten sich immer schön raus am Anfang Aus allem Jo, das drängelt er Jo, das drängelt er Ich hab dich nicht gesehen Ja, das krieg mal Sascha weg, bitte Nein Ich wusste, dass das kommt Oh shit, sorry Jo, kein Ding War auch nicht mehr absicht Oh, Kurve Als ob du da so schnell durchgekommen bist durch die Kurve, Alter Abbremsen ist schlechter, als wenn man gegen die Ecke datcht, oder was? Ja, ne, mach den nicht gegen die Ecke Ja, Bevo hat's schneller gemacht Schon wieder Oh, gerade ist die Kache langsam Nein Alter Ich glaub das Snowboid hier bergauf auch Und bremste Obwohl, wie er im Concentrate Mode ist, wie er nicht mal redet Der Bevo Der muss dich platt machen Oh Aber ich bin auch wogeengeknallt Ach, das ist genau an der Ecke gelandet Danke Ich weiß es Nein Nein Immerhin so Da ist man richtig abgeflogen Nein Egal, immer noch Zweiter Das krieg ich immer noch Zweiter Das ist das Wichtigste Links 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 Ah, ich hab den Windschatten noch mitgenommen von dir Der trotzdem nicht springt Doch Was denn? Vierte Normalerweise wird Bevo jetzt vielleicht nochmal Windschatten Nee, 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 der ist zu weit weg Ja, ist aber schon ziemlich weit weg Der ist zu weit weg Alles klar Was ein Sieg Gut, dass ich 1000 Dollar auf dich platziert habe, Sascha Ja Ja Sollte es einfach wieder mehr auf dich setzen Alter, was ich für Autos fahre, der cheatet doch Ich weiß, Standardauto Vollmongro So ein Lappen, Alter Weißt du, wer noch cheatet? Ach, Kirschi ist schon selbst rangejoined Ja, ja, alles gut Gefällt's gut Weißt du, wer noch cheatet? Die Fahrer eines Cheater Boah, Alter Mach das gleich fliegst raus Ist das ein Auto? Ja Ja Verstehe ich Aus geht's ja, ist dann Andreas mein Freund Ach so Oh Leute So ein Scheiß weiß doch keiner Der Cheater Ah, das heißt ich joine jetzt in eine leere Rang Oder mit null Punkten in eine Rangliste Das ist doch gute Chance ein Erster zu werden, würde ich sagen Auf jeden Fall Du kannst zumindest mich noch reinholen Und Bevo Ich glaub nicht, Maximalpunktzahl sind 15 pro Rennen Und Bevo hat 33 Und wir haben nur noch 2 Rennen 33 Punkte Das wird knapp Hier gibt's noch Minuspunkte Und nicht schon wieder Motorräder Hehehe Toll, Alter Ich hasse Motorräder Immer wieder die gleiche? Ne, das ist Barty Barty? Ja Wollte ich was anderes nehmen? Nein, Barty Glaub ich wieder Akuma nehmen Nein, Barty Lass den los mit dir Ja, Barty 801 Warum darf ich nicht Akuma nehmen? Ja, weil das keine Offroad-Strecke ist Ja, guck mal meine Gülle ist mir doch scheißegal Mir auch Ne, mir nicht Guck mal ich setzte auf Sascha auch 100 Dollar Kann ich... 100? Kann ich auf jeden 100 Dollar setzen? Dann kann ich nur gewinnen Nein, du pallierst doch mehr Wir setzen so viel auf mich, das find ich nicht geil Oh Gott Witzigerweise hab ich auch selbst auf mich gesetzt Yo, ich bin letzter Fuck, ich hab den Helm noch auf Wie starte ich denn ganz vorne? Muss ich steuerungsmäßig irgendwas wissen außer Gas und Bremse und Geld? Nö, nö, das sind ganz normaler Einfach römer links von der Strecke Mein Handy klingelt Warum klingelt mein Handy? Alter! Bivu! Ne, du trink Er soll ein Versehen Jaja, das hat mich ja nur komplett rausgehauen Ich bin in der Kurve gegen dich gefahren Das ist keine Entschuldigung für Versagen Was hat das denn jetzt? Was für das Versagen? Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ist da jemand rübergebrannt? Oh! Ne, ich bin doch rechtzeitig rübergekommen Alles cool Sascha, du! Kühlst ab! Ich hab's gesehen Nein, das... Die schenken sich nix groß Oh! Alter! Da hab ich doch gerade mal ganz kurz Schiss Ja, Tito Hä? Kommt der denn jetzt? Hä? Hä? Kurze Frage Musst du noch irgendwas drücken damit ich schneller fahre Oder einfach vollgas? Nö, das ist vollgas Verrät dir so nix Wenn du deinen Stick nach vorne drückst Wie geht das? Indem du deinen Stick nach vorne drückst Okay, weil ich hab das Gefühl ich mach langsam weiter an Ja, das... Ja, ja, ja.. Ich fondengoste das Oh Gott Also nach vorne bringt doch was, oder wie? Kommt auf Anwand bisschen glaub ich Berg runter Bergauf bringt auf dem Hinterrad Bergauf auf dem Hinterrad? Ja, ne Luft auch nach hinten Da muss man skillig das macht und sonst hat man richtig die Arschkarte. Hat ja nur, hat ja nur 5 Minuten. Seh ich mich selber im Spiegel auch nicht. Bewo der, ne? Bewo springt einfach mit 70.000 km an mir vorbeigehen. Stirb Bewo! Los, was macht ihr denn da? Ey, dieses Spiel ist so unfassbar scheiße. Wie hab ich denn jetzt noch... Wieso komm ich da nicht ran? Es geht nicht schneller als ich. Oh, was soll ich da schon? Ihr könntet 4 Unfälle machen, jeder von euch. Bitte, ich bin immer noch nicht da. Soll ich's ausprobieren? Ja, du wirst trotzdem mal vor mir in den Ziel kommen. Also 2 schaffst du mindestens. Oh nein, ich will keinen Windshotten. Runter! Alter, wieso? Kommen wir alle so schnell an? Oh Gott, äh... Macht tatsächlich viel mehr Spaß vorne mitzufahren, muss ich sagen. Nein, Mathis! Das erste Mal, das ist... Mathis, lass meinen Kopf in Ruhe! Scheißspiel, das war so klein. Gut, dass ich einen Helm diesmal aufhabe. Boah! Alter! Ich hab aber mit farben Mandagen gekämpft, ey. Der kleine Wichser, den hole ich mir jetzt. Oh Gott, nein! Wo hab ich eigentlich immer so einen Anlag? Alter! Du bist daneben geflogen, weil du Scheiße gesteuert hast. Das tut mir leid. Nein! Ich hatte es doch... Aber wenn ich einen Unfall baue, dann brauche ich immer einen Unfall, der mich nicht aufm letzten. Ja gut, das ist dann halt die... Das ist dann halt die... Das ist dann halt diese Mini-Fehler, die du auch früher in den Arbeiten in der Schule gemacht hast. Hab ich nicht. Lass Sascha gewinnen! Nein! Wir haben drei Runden in diesem Rennen. Nein! Wer soll das denn? Immer so aggressive Dreckskinder! Ja, aber ich bin letzter. Ah ne doch, jetzt Sonic ist ja doch bitte. Nee, du bist nicht letzter. Ja, wir sind jetzt sieben, Leute. Der Sprung geht. Hat drückt ich das Sonic, ich bin auch daneben gesprungen. Wusstest nicht. Ich bin mir sympathisch. Wattes, du fährst ein bisschen krumm. Ja. Ja, ich versuch dir keinen Wincher zu geben. Das ist aber nett von dir. Vorne wäre lieber. Ja, jetzt bin ich siebter. Ich war eben zweiter und erster. Ist danach noch ne Runde? Ja, ist jetzt aber ein. Yeah! Hälfter geworden. Was ist denn da los? Scheiße, weit hinten nicht war. Mattes, nein! Mattes, nein! Gibst du mehr Kohle als aus Wett-Einsätzen. Meinst du? Mattes! Ja, auf jeden Fall. Okay. Na, ja, aber nicht. Du wirst sicherer. Ich hab 100 fahren. Wie läuft sich das aus? Bin ich jetzt schnell rüber? Nö, ich glaub du fällst seltener runter. Genau, und du hast besseres Drifting. Ist eigentlich nur bessere Kontrolle beim Fliegen, glaub ich. Also beim Fliegen. Tschüss! Ich glaub, Fliegen ist doch mein eigenes Skill. Nö. Nein, ich mein, während du mit dem Auto in der Luft fliehst. Ich weiß wie du meinst. Nein, ich fällst Motorrad. Ich fällst Motorrad. Ja, ich kann mit einer Propeller-Maschine fliegen. Bin ich dein ausgewählter Jetpilot? Das ist genau das gleiche. Quasi. Er ist praktisch gesehen, äh, wie heißt der nochmal, der Bruchpilot? Quack? Fuck! Ja, genau. Nicht fuck! Fuck! Aber man hätte auch fuck verstanden. Alter, du hast einfach nur komische Ohren. Ja. Große Ohren. Mathis hinter mir, ich spüre ihn im Nacken. Du bist an ihm vorbeigekommen, oder? Alter! Hast du das gesehen? Bremsen bringt halt echt weniger, als einfach in die Bande knallen. Wir schecken uns hier aber auch nix, ey. Ne, 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 Mathis. Ne, 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 ne. Da bin ich mal dazu hochgesprungen. Oh Gott! Das war nicht so gut, Mathis. Aber aufholen ist aus, oder? Doch, ist an. Warum komm ich dann kein Stück näher? Weil aufholen eigentlich nur macht, dass der Erste langsamer fährt. Ah. Ne, nicht nur der Erste, oder? Alles gut. Ich glaube doch. Läuft. Kommt doch an, wie viele mitfahren. Das wirft sich auf die Menge der Spieler aus. Kann ich jetzt bitte noch jemanden kriegen? Wer ist Zvoter? Kann der bitte warten? Ey, ihr seid ja ganz... ein bisschen stehen bleiben. Nein! Foto-Panis! Ja! Boah, das war eng. Ich hab' ja fast nur den dritten gemacht, ey. Verarscht. Ja, schön. Schön, dass du mir den Mittelfinger zeigst, Mathis. Alter, Bebo, auf die Zeit bin ich gespannt, ey. Alle machen die beste Liste da. Alter! Wenige... 0,05 Sekunden. Alles klar. Und machst du? Einer Hundert. Sechster, ey. Bullshit. Entschuldige mich für meine Geflame. Bullshit. Hast du geflamed? Ja, ich hab mich wieder über das Dreckspiel aufgeregt. Ich bin mal Vierter geworden. Das hab' ich eigentlich nicht verdient. Ich muss mal irgendwie hier ein bisschen den Sound einstellen, glaub' ich verstehe gar nichts. Mongo! Voll Mongo! Wettgewinne! Geil, im Vierhundert! Hey! Minus Sechzig! Vierhundert! Haha! Guck mal, da hab' ich Sonic noch... Ich hab' auch Tausend auf mich gesetzt, ja. Was fand' ich witzig, dass ich... Ich auch. Alter, Sonic, das lag' der Scheiße. Ich hab' jeder. Ich hab' viele Slag'ed. Die eine aus Versehen. Nein! Hab' ich ihn dort... Ja! Oh, ich kann noch Zweiter werden! Ich bin immer noch Zweiter. Oha! Zawnecke sind wohl noch Beine mit dem selben Punkt unterwegs. Alles klar, jetzt muss ich diesen Arschloch sein und euch alle einfach weghauen. Ich kann auch noch Zweiter werden. Diejenigen, die die weghauen. Also du musst eigentlich letzter werden. Schon wieder Point-to-Point? Was ist denn los? Ascha, wir arbeiten zusammen einfach. Was suchst du denn für Rennen aus? Ey, schon wieder... Ich hab' die Bestbewertetsten rausgesucht. Schon wieder Mop-Hits, ey. Oh Mann, ey. Ich hab' nur die Bestbewertetsten genommen, da kann ich nichts für. Wir tragen auch noch dazu bei, ey. Motorrad ist einfach Null-Farskill, ey. Achso. Barty? Was sollen wir nehmen? Ich immer das Barty. Lass mal das Elektro nehmen. Wat? Und wie wär's mit dem Cliffhanger? Das müsst ihr sagen, ne? Ja, aber nur weil's die letzte Folge ist, oder wie? Wat? Nö. Ach komm, dann nehmen wir den Cliffhanger. Scheiß drauf. Oh, dann ne, worauf ihr Bock habt, ditt. Das wär's. Lol, Sascha. Das kannst du nicht machen. Ja, doch. Einzige Chance zu gewinnen. Barty, oder wat? Ne. Geheimnis. Und du läufst. Dafür hab' ich Knarren. Ja. Letzter Start. Ah, ist Technik. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass hier viele Kurven sind. Oh, das sieht nicht nach Kurven aus. Da, einer. Ja, aber wir haben ne gute Verständigung. Ja, aber das bringt uns so in Kurven, weißt du. Ja. Das ist in Geheimnis. Ascha! Häng da! Dann legt man sich nach hinten rüber! Jo! Oh Gott! Nein! Wie geht das? Ich komm' nicht weiter! Boah, Sonic kann das einfach perfekt, ey. Ja, das ist das Einzige, was ich kann. Ja, ihr könnt' immer aufhören, ey. Im Leben! Nein! Bleib drauf! Ich bin auf dem Standstreifen! Oh, ich bin auf der falschen Seite gelandet! Oh, ich bin auf der falschen Seite gelandet! Boah! Da kommen auf einmal alle! Der Motorrad kann überhaupt nicht lenken! Alter, Leute! Alter! Boah! Oh Gott! Wie langsam bin ich denn jetzt? Ähm, was? Ich glaub' ich hab' nicht gerammt! Sonic kommt einfach mit 70 kmh angedüst! Alter, ich hab' so'n scheiß Motocross. Warum seid ihr so fucking schnell? Windschatten und so. Oh fuck! Danke, Sonic! Das war gut! Alter! Tori! 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 Oh Gott, der Verarsch! Ich hab' 40 Frames! Warum? Oh fuck! Oh Gott! Es gibt Windschatten bei Motorrädern? Nein! Natürlich! Wo fahrt ihr denn hin? Was passiert hier? Wo seid ihr denn hingefahren? Irgendjemand hat auf der Strecke umgedreht! Und nehmt die Bilder hingefahren! Nein! Schlechte Idee! Oh! Ich kam aus Versehen auf die Bremse! Äh! Äh! Kein Zimmer? Hallo Sonic! Hi! Boah ich so? Alter! Was geht denn hier? Kannst du mal mit dem Wichser aufhören? Boah! Alter! Was machst du? Alter! Sonic! Komm oben! Das ist doch nicht richtig! Ich bin oben gegen die Decke gehen gesprungen! Okay! Ich war auch Erste! Oh oh! Das ist jetzt nicht so gut! Das Motorrad das ich genommen habe ist der letzte Dreck! Ich hab' nicht gedacht, da war das gleiche! Was? Ich hab' auch richtig gemettet! Wir beide haben das gleiche! Na 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 na! Oh Sonic! Ah! Brems! Alter! Was macht denn das denn jetzt? Was macht denn das denn jetzt? Ich hab' gar nichts gemacht! Ich hab' nicht gesehen! Ich hab' nicht gesehen! Ich hab' nicht gesehen! Ich hab' nicht gesehen! Also nicht wahrgenommen! Sagen wir so! Oh oh! Oh oh! Das war zu weit! Nein! Bitte! Ja! Ich bin drauf! Alter! Die Physik auf Motorräder ist einfach mal voll verarsch! Ja man! Arss! Was? Ich hab' keine Zeit aufs Hinterrad zu kommen! Ja, Alter! Nein! Äh! Hab' ich das jetzt richtig gemacht? Bin ich jetzt richtig? Alter! Ich bin zu hart! Nein! Ah! Ey! Pfff! Warte's einfach voll wegauen! Shit! Oh Gott! Oh oh! Storm, hör' doch mal auf da! War genau da vorne schon das Ziel oder was? Ja, komm! Das ist doch nicht wahr, ey! Fuck you, Alter! Ach! Ach! Ich bin noch Zweiter geworden! Fuck! In der Gesamtwertung! Ja, aber nicht in dem Rennen! Also im Rennen bin ich nur Erster! Kann echt nicht wahr sein! Oh! Alter, das Motorrad war dein Letzter! Auszeichnung! Barsch! Ich bin damit Zweiter geworden! Oh! Oh! Das war die erste Strecke, die ich positiv werden werde! Aber ich fand die Strecke witzig! Weil wir alle so in einer Gruppe waren, das war lustig! Ja! Das hat echt Spaß gemacht die ganze Zeit! Ja! Weil wir alle miteinander waren! Ja! Rudelbumser du, ey! Ich's krank! Oh! Rang erhöht! 44! 14! 14! Wettverlust! Minus 1000er! Ja, ich auch! Ja, ich auch! Das ist die einzige, die ich positiv bewährte! Aber war trotzdem cool, ja! War lustig! Das war an dein sechster Platz! Dreck! Ich glaub Bebo nimmt das nicht auf! Nee! War immerhin! Dachte ich mir! Durchser Platz in der Gesamtkarte! Ach man, ey! Ich hab nicht mal mehr auf den dritten geschafft! Lächerlich! Hab ich ja von Anfang an nicht! Das war der letzte, ne? Ey! Dann, ne? Ja! Hier noch einmal der Gewinner der gesamten Playlist! Ähm, was? Ich hab direkt auch weggekattet! Liebe Leute! Das war eine neue Runde! GTA Online! Wir danken vielmals fürs Zusehen! Schaut beieinander vorbei! Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung! Wir sehen uns das nächste Mal wieder! Haut rein bis die Tage! Ciao! Ciao! Tschüss! 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 Ne, das letzte Mal jetzt nicht mehr!